Also ich habe schon vor vier Jahren als Präsident kandidiert, das war seinerzeit mein Standpunkt. Wenn Sie Amerikaner sein wollen, dann sollten Sie vor allem unsere Gesetze respektieren und ich kann Sie halten. Wie viel Veränderung wollen wir denn wirklich in Washington? Ich habe 1907 natürlich alle verarbeitet für mehr als die Hälfte der Menschen, die auf den Gehaltslisten statt. Das war die angebotsorientierte Wirtschaftstheorie. Ich bin mit der Veteranenbeihilfe groß geworden, wir hatten eine bezuschusste Wohnung für Veteranen. Lassen Sie mich Ihnen zwei Dinge zu verändern. Ich habe fünf Söhne, fünf Schwiegertöchter, 16 Enkelkinder und ich geließe...